Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen coolen Video. Also das Video wird eher heiß, weil die Armin und ich streiten uns heute ziemlich viel. Weil heute machen wir 10 Dinge, die wir aneinander nicht leiden können. Also hier, wirklich 10. Okay, darf ich dich kurz unterbrechen? Die erste Sache, die ich an dir nicht leiden kann, dass du mir die ganze Zeit deine Haare ins Gesicht fällst. Entschuldigung. Das ist die Nummer 1. Aber ja, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, diese Situationen sind zwar echt aus unserem Leben, aber viele Sachen sind halt auch geschauspielt, also nehmt es nicht zu ernst, okay? Also dann würde ich mal sagen, let's go! Ilja, komm! Ilja, komm, jetzt ist ein Band dran! Komm, du darfst nicht reden! Arwen! Arwen, kommst du bitte! Wie immer, keine Reaktion! Gleich! Es ist schon tiefe Uhr! Oh, die Nerven los, ich muss doch schlafen! Aber wir kommen jetzt zu spät! Ja, warte! Gleich! Drei, zwei, zwei, eins, nein! Komm jetzt! Boah, die nervt! Das hab ich gehört! Toll, schön für dich, dann hörst du jetzt mal! Jetzt weißt du's endlich! Morgen! 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 Arwen, bitte trink dir einen Smoothie! So, Arwen, trinkst du dir bitte den Smoothie? Ja! Ja! Gut, also ich mach mich mal fertig, weil es ist schon sehr, sehr spät! Ilya, gehen wir jetzt in den Garten? Heute nicht, Arwen! Aber du hast es versprochen! Hab ich nicht! Oh ja! Nein! Oh ja, du hast es gestern versprochen und gestern hast du gesagt, dass wir auch nicht gehen! Hab ich gar nicht! Oh ja! Ich geh heute nicht! Aber du hast es versprochen! Ja! Aber es ist so schön draußen! Aber zu kalt für die Airtrack! Wir müssen ja nicht mit der Airtrack gehen! Arwen, bitte! Ich mach nicht! Na gut! Ich geh jetzt! Ilya! Ja? Hast du ein Uhu? Ja, Sekunde! Hier! Und blaues Papier? Ja! Oh, darf ich so einen Sticker? Nein, darf ich so einen neu! Bitte! Welchen? Dieses Häschen da! Und diesen Dinos auch, ja. Okay, aber den borg ich dir nur, okay? Borgern. Okay. Danke. Oh, und darf ich noch einen roten Stift und einen Dicksohn? Hier. Und zurückbringen, ja? Ja. Tschüss. Hallo, ich habe jede Menge Wäsche für dich, die ich nicht mehr brauche. Ähm, Ilja? Ja? Das passt mir nicht. Wir haben ja auch nichts. Viel Spaß. Ähm, Ilja, kannst du es bitte wieder mitnehmen? Nein. Ja, aber ich habe keinen Platz mehr in meinem Kasten. Außerdem, ich bin hier kein Mistkübel, wo du es überall abstellen kannst. Hallo. Hey, wie geht's dir? Gut? Ja, mir auch. Aber wir müssen uns unbedingt wieder mal treffen. Hast du nichts über Hotel? Ja, weil ich musste unbedingt was von meiner... Ich musste unbedingt was von meiner Mathe lernen. Also wir hatten so ganz normal Mathe halt. Ähm, und dann ist die zweite Lehrerin halt so rangeplatt. Und wollten uns einfach noch Zusatzhausen umgeben, obwohl wir zweifelten da vor allem geschehen. Und das hat uns alle, ja, das hat uns alle so aufgeregt, ich schwöre. Nein, wirklich. Und dann hat sich alle so aufgeregt, dass sie dann alle einen Jumus gekriegt haben in der Mitte. Also noch nicht dabei. Und dann ist das so aufgeregt. Elia, könntest du bitte aufhören? Nein. Elia, ich mag das sehen. Elia, hör auf. Nein. Ili, hörst du bitte auf? Nein Oh ja, hör jetzt auf Ich mag das sehen Ich hör auf Ili, hörst du bitte auf? Ja, hallo Hallo Ja, hast du schon was zu essen? Arvin, ich möchte das gerne drauf bauen Ja, ein Würstel Bestimmt Arvin, bitte Wir können doch nicht spielen Ich spiele aber schon Hast du nicht gesehen, dass die Figur da gerade umgeführt ist? Ja, hab ich gesehen Warte, ich mag da gerade spielen Ah, jetzt ist das Dach unten, Arvin Ich mag da jetzt spielen So Hallo, ja, wir gehen mal ins Schlafzimmer Ili, kannst du das Dach weggeben, weil ich spiele da Aua So, ja, ich schau mal Wie spät es ist Was? Es ist schon 18 Uhr Wir sollten langsam ins Bett gehen Wann ich jetzt wieder da? Nein Ich muss noch her auf die Pistolette Wohin ist das kalt Ich hab noch immer das Würste Mama Bitte hör auf Just kill the mask Ja, bitte Tell the guys to see you Take it down Take it down Mama Did I film too Jag Das war's, das war's, das war's. Ja, pass doch bitte auf. Hä? Was? Hä? Aber was ist denn? Ja, das da. Ja, das nennt man eine Subdravierung. Ja, ich weiß. Aber das muss man minusrechnen. Ja, ich weiß, dass man das minusrechnen muss. Und dann wieder 1 plus und so. Ja? Verstehst du? Okay, guck mal. So. 400... Amen, bitte. Ich werde leise. Plus 1 ist... Hä? Warte. 400 minus... Plus 1 ist... Amen, bitte. Ah! Hä? Äh? Äh? Das? Äh, was ist das? Also, was ist das? Hier, 400 plus 1 ist... Ah, 290. ² bis 1, 290. Bis zum nächsten Mal.